Die Smart-Wage Wissings Body Cardio wurde entwickelt, um dir dabei zu helfen deine kardiovaskuläre Fitness und deine Körperzusammensetzung mit der Zeit zu verbessern. Wie die meisten Smart-Wagen nutzt auch die Body Cardio die bioelektrische Impedanz, um die Gewichtswerte der verschiedenen Gewebearten, einschließlich Knochen, Muskeln und Fett zu messen. Aber das ist noch nicht alles, sie misst auch deine Herzfrequenz und Pulswellengeschwindigkeit, die gute Indikatoren für dein allgemeines Wohlbefinden sind. Es ist ein gut durchdachtes Paket, das dir helfen wird, wenn du nicht nur Gewicht verlieren, sondern auch deine allgemeine Fitness verbessern willst. Die Body Cardio-Wage ist allerdings recht teuer und kostet doppelt so viel wie andere Smart-Wagen, die nur die Körperzusammensetzung messen. Die Wissings Body Cardio wurde im Mai 2018 auf den Markt gebracht und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 180 Euro, die du zurzeit für 109 Euro über unseren Link in der Videobeschreibung bekommen kannst. Abonniere doch unseren Kanal und schaue dir das ganze Video an.